Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe es euch vor ein paar Tagen schon gesagt, dass dieses Video ein bisschen aufwendiger ist. Und zwar, vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, einige haben es auch schon richtig geraten, es geht um eine neue Drogerie Foundation, die ihr ab heute online schon kaufen könnt und in ungefähr zwei Wochen dann auch in eurer Drogerie finden sollt. Und zwar habe ich die True Skin Foundation von Catrice. Das ist eine neue Foundation, die es ab sofort zu kaufen gibt. Und ihr wisst, Catrice und ich, wir sind ja so, es gab nur einen kleinen Disput für mich, als sie meine absolute Lieblingsfoundation, die HD Liquid Radiance Foundation, aus dem Sortiment genommen haben. Ich war entrüstet, ich war traurig, ich war... Ich habe aber ein großes Backup von Catrice freundlicherweise bekommen, also ich kann die nächsten zehn Jahre noch mit dieser Foundation arbeiten. Aber, ich weiß, dass viele von euch die auch gemocht haben. Und Catrice lässt sich natürlich nicht lumpen und hat uns eine neue Foundation geschenkt. Die gibt es in 14 Farben. Ich zeige euch hier einmal alle Farben. Und das ist schon eine wirklich gute Shade-Range. Fünf Farben werden in die Tegen einziehen und die restlichen neun oder zehn, ich weiß es nicht genau, ich glaube es sind neun, die werden dann bei Catrice online zu kaufen sein. Ich habe euch den Link einmal schon mal in die Infobox gepackt, falls ihr sie jetzt schon haben wollt. Spoiler-Alarm. Get it. Ich freue mich, dass ihr heute hier seid, Freunde, und ich hoffe, ihr habt Lust auf eine sehr, sehr in-depth Foundation Review. Ihr wisst, wenn ich die Möglichkeit habe, etwas über einen längeren Zeitraum zu testen, und das hatte ich hier, weil ich die jetzt hier schon fast zwei Wochen bei mir hatte, dann mache ich das natürlich auch sehr gerne einfach, damit ihr auch so ein bisschen besser wisst, okay, wie funktioniert die, funktioniert die mit verschiedenen Primern gut. Ich habe sie auch bis jetzt jeden Tag getragen. Ich möchte mit euch aber auch nochmal einen Langzeit-Test machen mit drei verschiedenen, beziehungsweise vier verschiedenen Base-Produkten. Ich habe meine Tagesspflege schon aufgetragen, damit die einfach schön einziehen kann. Ich benutze dazu immer die Beauty-Made-Zyleron-Boost-Creme für normale oder für trockene Haut, je nachdem, was ich gerade so ein bisschen brauche. Wir werden heute zwei verschiedene Primer testen, den ganzen Tag, und morgen werden wir eine Seite mit einem dritten Primer und eine Seite ohne Primer testen, damit ihr euch einfach nochmal so ein Bild machen könnt, wie sieht die Foundation aus. Wow. Informationsfluss ist heute am Start. Ich bin höchst motiviert, höchst motiviert, denn ihr wisst, ich liebe Foundations. Eigentlich hätte ich am liebsten einen Foundation-Kanal. Ich könnte mich in Foundations begießen und... Living, Freund. Puh. Smooth. Wir haben wirklich eine recht gute Shade-Range. Also es gibt auch dunklere Farben. Zwei, die wirklich in die sehr dunkle Richtung gehen. Natürlich kann man das immer noch ausbauen, aber es ist schon ein guter Schritt in die richtige Richtung. Und im hellen Spektrum ist es auch sehr gut unterteilt. Also es gibt viele verschiedene Untertöne. Ich zeige euch auch hier mal den Vergleich zwischen der hellsten und der dunkelsten Nuance. Also das ist schon ein sehr, sehr guter Sprung. Man kann sich das natürlich auch so ein bisschen anmischen. Aber ich benutze aktuell am liebsten so die Farbe Cool Almond mit einem ganz kleinen Spritzer Warm Vanilla 0,15 und 0,33. Ihr habt sie neulich schon gesehen, die Foundation. Viele von euch hatten sie auch schon erraten, dass ich sie benutzt habe. Ich hatte aber immer gesagt, ich darf sie euch noch nicht zeigen, weil die Foundation wurde schon von anderen YouTubern gezeigt. Das ist dann einfach eine andere Zusammenarbeit. Und ich habe sie einfach so bekommen. Und ich habe mit Katrice gesprochen und sie haben gesagt, das wäre schön, wenn du das Video erst dann auch veröffentlichen kannst, wenn die Foundations dann auch wirklich erhältlich sind. Und das mache ich natürlich gerne. Heute ist Mittwoch. Also ich trage heute einen Tag die Foundation. Und morgen nochmal. Und ihr seht das Video dann am Freitag. Und ich habe sie auch eigentlich schon getragen. Okay, Freunde. Bevor es losgeht, was soll die Foundation können? Das ist eine True Skin But Better, Feuchtigkeit spendendes Make-up mit Hyaluronsäure und Wassermelonen-Kernöl. Hinterlässt ein perfekt ebenmäßiges und natürlich mattes Hautbild. Mittlere bis hohe Deckkraft mit einem angenehmen Tragegefühl, Verträglichkeit, Hautärztlich bestätigt. Die Foundation ist vegan und sogar glutenfrei und alkoholfrei. Me. Hi. Okay, Freunde. Wir fangen an. Ich habe viel zu lange schon gequatscht. Falls ihr hier neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Freunde, 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 Freunde. Ich weiß, dass ihr immer wieder kommt. Heute habe ich mir gedacht, benutzen wir jetzt verschiedene Primer. Auf der einen Seite von Catrice den Tensational Primer. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsprimer aus der Drogerie. Und auf der anderen Seite ein bisschen was Teureres, der aber auch wirklich ganz gut ist. Und ich den auch sonst gerne mag. Das ist der Too Faced Hangover Primer. Silikonfrei. Ich mag beide Primer sehr, sehr gerne. Ich habe auch, wie gesagt, schon andere Primer getestet. Ich habe den Milk Primer dazu getestet. Ich habe von Dominique Cosmetics diesen hier getestet. Also, wie gesagt, ich habe die jeden Tag getragen mit verschiedenen Primern. Die habe ich noch nicht getestet. Deswegen machen wir das einmal. Ich trage mir als erstes so ein bisschen was auf diese Seite. Und arbeite das Ganze erstmal hier mit so einem kleinen Stippling Brush ein. Ich arbeite ganz gerne mit Stippling Brushes. Ich finde, das lässt sich dann so ein bisschen besser verteilen. Und ich hole euch selbstverständlich gleich auch wesentlich näher ran, damit ihr wirklich alles seht. Falls ihr die Möglichkeit habt, schaut das Video unbedingt in 4K. Da seht ihr jede Pore, jeden Pickel, jede Wimper, everything. Und ich finde, das ist immer ganz gut für so Foundation Reviews. Ich habe mir extra die Kamera gekauft mit 4K-Funktion für genau sowas, dass ihr sehen könnt, wie sieht etwas aus. Auf die anderen Seite gebe ich mir den Too Faced Primer. Und morgen machen wir das Ganze einfach nochmal mit einer Seite einem anderen. Dann den hier von Becker. Den haben wir auch viele. Und eine Seite ohne Primer. Der Hangover Primer ist ein bisschen feuchtigkeitsspendender. Der von Catrice gibt eher so einen leichten Glow. Ich mag beide sehr, sehr gerne. Und meine Lippen sind so unnormal crusty. Ich gebe mir hier erstmal noch ein bisschen was drauf. Es wird auch einen neuen Concealer geben. Ich bin gerade schon mit Catrice dabei, die nächsten Videos zu planen. Es gibt ja bald das neue Sortiment. Und ihr wirst freuen, die Sortiments-Updates und ich. Wir sind Geschwister. Ich plane, je nachdem, wann ich die Sachen bekomme, dass ich vielleicht sogar eine komplette Woche Catrice widme. Das mache ich von mir aus, nicht von Catrice aus. Weil es so viele Neuheiten gibt. Und ich schaffe es einfach nicht. 40 Produkte in mein Gesicht zu kriegen. Ich habe ein sehr großes Gesicht. Aber girl, nicht so groß. Okay, kommen wir endlich zum Punkt. Ich habe hier beide Foundations. Einmal die 033 und die 015. Ich gebe mir die wieder hier auf meine Mischplatte. Und ich sage es euch jetzt schon. Weniger ist mehr bei der Foundation. Gebe mir von jeder Foundation nur einen Pumpstoß mit drauf. Gebe mit meinem Stipplingbrush so ein bisschen rein. Und setze mir das Ganze erstmal hier hin. Und das reicht. Zum Verblenden nehme ich meinen eigenen Beauty-Schwamm. Ich will ja nicht sagen, aber er ist schon wirklich sehr, sehr gut. Vor allen Dingen für sowas. Und dann arbeite ich mir die Foundation erstmal auf einer halben Seite ein. Und dann könnt ihr auch wieder so ein bisschen sehen, wie ist die Deckkraft. Ich finde, das ist ja immer so ein ganz guter Schritt. Normalerweise bin ich ja wirklich die größte Freundin von Full Coverage. Aber jetzt als es so heiß war, habe ich so ein bisschen verstanden, dass manchmal Full Coverage nicht unbedingt die beste Option ist. Und ich glaube, es ist ganz eindeutig, Deckkraft ist da. Ich habe euch gleich ein kleines Stückchen herangeholt, damit ihr auch wirklich alles nochmal sehen könnt. Wie gesagt, schaut euch die 4K-Version von diesem Video an. Ihr seht schon. Also die Deckkraft ist wirklich gut. Das ist jetzt nur eine Schicht gewesen. So ganz leicht kommen hier die Unreinheiten durch. Aber overall hat das Ganze sehr, sehr schön ausgeglichen. Das Finish tatsächlich ist eher so ein Semi-Matt. Also ich würde es nicht als ganz matt beschreiben, sondern wirklich so als ein Soft-Matt. Ganz angenehm auf der Haut. Und dann machen wir die andere Seite hier. So, ich habe einmal beide Seiten eingearbeitet und ich glaube, es sieht, ich persönlich finde es sehr, sehr schön. Es ist so ein natürliches Finish. Also es sieht aus, als hätte ich wirklich nichts im Gesicht. Lässt sich gut einarbeiten. Ich schaue gerade, welche Seite mir so ein bisschen besser gefällt. Meine Haut ist im Moment so ein bisschen trockener. Deswegen würde ich jetzt bei der Version eher tatsächlich zu dem Too Faced Primer tendieren, der sehr, sehr feuchtigkeitsspendend ist. Hier bei Catrice sieht das Ganze aber so ein bisschen glowiger aus, weil der Primer schon so einen leichten Glow mit drin hat. Gefällt mir ganz gut. Für eine Schicht sehr, sehr natürlich. Eine angenehme Deckkraft. Und ich würde vorschlagen, ich mache einmal mein Make-up fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. Und ich würde dann vielleicht auch mal nachdenken. Und so sieht das Make-up einmal fertig aus. Es ging wirklich sehr, sehr einfach alles. Es hat sich alles schön ausblenden lassen und schön raufsetzen lassen. Und jetzt könnt ihr auch sehen, es ist schon eine gute Deckkraft. So ganz leicht kommt hier noch so ein bisschen was durch. Ich finde, das sieht dann aber immer sehr natürlich aus. Ich persönlich mag das im Moment ganz gerne, wenn es nicht ganz so Juvia's Place mäßig ist, weil es dann doch recht maskenhaft aussieht. Also das ganze Finish ist recht natürlich. So ein kleines Stückchen ist die Foundation oxidiert. Aber wie gesagt, ich hätte jetzt auch einfach nur die 015 nehmen können. Aber im Moment mag ich es ganz gerne, wenn es so ein bisschen tan ist. So sieht das Ganze sehr, sehr schön aus. Es ist doch auf der recht matten Seite. Also ich würde für mich jetzt First Impression mäßig ein etwas Feuchtigkeitsspenderin Primer benutzen und vielleicht jetzt ein Spray, was so ein bisschen Feuchtigkeit spendet. Und dann wird die Puderschicht, die ich ja mir draufgegeben habe, einfach noch so ein bisschen weicher gemacht. Wenn ihr eine trockene Haut habt und euch die Foundation interessiert, ich würde fast sagen, ihr braucht keinen Puder. Seid ihr ein bisschen auf der öligeren Seite, ist das eine sehr, sehr gute Foundation, weil sie von der Grundsubstanz schon etwas matter ist. und ihr das dann natürlich mit Puder oder so noch ein bisschen absetten könnt. Es ist jetzt 7.09 Uhr. Ich starte den Tag jetzt und melde mich in ein paar Stunden mit dem Handy im Tageslicht wieder. So Freunde, kleines Zwischenfazit. Alexa, wie spät ist es? Es ist 10.11 Uhr. 10.11 Uhr. Das heißt, ich habe die Foundation jetzt drei Stunden drauf. Ich komme ein Stückchen näher, dass ihr das Ganze wirklich gut sehen könnt. Also, sie sieht sehr natürlich aus. Ich habe so ein bisschen mit Blushy auf der Seite übertrieben, aber Freunde, ihr kennt mich mittlerweile, ich liebe es. Ansonsten sehr, sehr schön ebenmäßig. Sie ist ein kleines Stückchen dunkler geworden, also ich hätte vielleicht etwas mehr von der Hellerin Foundation benutzen sollen. Aber Natural Queen. So Freunde, es ist jetzt 17.30 Uhr. Das heißt, ich habe die Foundation jetzt ungefähr 10,5 Stunden ungefähr drauf. Ich habe ein kleines Nickerchen gemacht. Ich habe ein bisschen Make-up noch aufgetragen. Ich dachte mir, ich spiele einfach mal ein bisschen mit Farbe. Also, ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt. Ich hole euch gleich ein Stückchen näher ran. Die Foundation sieht overall immer noch sehr, sehr gut aus. Wenn ich euch jetzt mal ein Stückchen näher ran hole, dann könnt ihr aber sehen, dass sich hier so ganz leicht ein bisschen was an der Nase abgesetzt hat. Und das recht, es ist doch schon ein bisschen luminous geworden. Ich würde es nicht ölig beschreiben, wie wenn ich beispielsweise die Revolution Foundation benutze, auf beiden Seiten gleich. Jetzt geht es ja erstmal um den Primer. Ehrlich gesagt, mir gefällt die Seite mit dem Catrice Primer nicht ganz so gut, wie die mit dem Too Faced Hangover Primer. Ich finde, es sieht hier einfach so ein bisschen smoother aus. Hier wurde so ein bisschen durch den Glow, glaube ich, einfach die Textur. Und durch die Trockenheit und durch diesen leicht mattierenden Effekt einfach die Textur so ein bisschen erhöht. Mit einer feuchten Base. Fantastisch. Ich schminke mich jetzt ab, mache Abendessen. Und dann sehen wir uns morgen zu einem neuen Primer wieder. Guten Morgen, Freunde. Es ist 6.30 Uhr. Ich bin gerade zurück vom Sport, zurück aus der Dusche. Und wir tragen jetzt Nummer 2 auf. Beziehungsweise dieselbe Foundation, aber mit einer etwas anderen Pflege. Und zwar hatte ich euch gesagt, dass wir auf der einen Seite den First Light Priming Filter benutzen und auf der anderen Seite gar kein Primer. Das werden wir auch tun. Gestern war wirklich ein guter Make-Up Tag. Ich habe zwischendurch so ein bisschen einmal abgepudert, weil ich halt hier echt viel in der Wohnung rumgeturnt bin. Aber ansonsten hat mir das Ganze wirklich gut gefallen. Ich sehe fix und fertig aus. Meine Haut ist noch so ein bisschen... Aber ich bin da, Freunde. Wir benutzen heute nur mal die 015 Warm Vanilla. Ich glaube, das reicht. Und ich benutze wieder meinen Make-Up Schwamm. Und dann mache ich einmal das Make-Up im Schnelldichtlauf und wir sehen uns im Laufe des Tages. Gut, da Luke-Charles. Mango-Dietns-Gloamer. Bis zum nächsten Mal. So Freunde, ich habe das Make-Up einmal fertig. Ich liebe es, wie es heute aussieht. Sehr bronzy, sehr gesund, sehr glowy. Ich bin noch ein bisschen mit dem Dominique Cosmetics Setting Spray rübergegangen. Das spendet noch so ein bisschen Feuchtigkeit, weil, wie gesagt, meine Haut im Moment recht trocken ist. So gefällt mir das Ganze fantastisch. Ich fühle mich richtig, richtig wohl. Auf den Lippen trage ich von Fenty, hier, wo ist es, den Stunner Lip Paint in der Farbe Uncuffed. Ich liebe den mit ein bisschen Gloss drüber. Fantastisch. Guter Make-Up Tag. Ich bin gespannt, wie es heute hält. Ich sehe jetzt ehrlich gesagt keinen Unterschied, ob mit oder ohne Primer. Bestätigt so ein bisschen meine Vermutung, die ihr aber im Laufe des Tages hört. Ich würde jetzt in den Tag starten. Ich frühstücke jetzt was, mache es mir gemütlich, fange an zu arbeiten und wir sehen uns später wieder. Freunde, es ist 18 Uhr. Ich habe die Foundation, ich weiß es nicht, Ewigkeiten drauf. Ich komme mal ein Stückchen näher, dann könnt ihr euch das Spektakel mal anschauen. Also hier habe ich Sonnenbrillenabdrücke und mein Concealer ist auch so ein bisschen trocken, aber schaut euch mal an, wie schön glowy die Base jetzt aussieht. Nach über 10, 11 Stunden. Fantastisch. Also wirklich nichts, wo ich sage, Mensch, ich könnte jetzt ein bisschen abpudern. Ich würde vielleicht einfach mit einem Schwamm nochmal rüber gehen, dass das Ganze wirklich auch wieder schön auf meiner Haut drauf sitzt. Ich habe immer so ein bisschen, bei Wäscheständer, ein bisschen das Gefühl, dass wenn ich eine Foundation sehr, sehr lange trage, dass sie sich so ein bisschen von meinem Gesicht abhebt. Das liegt aber einfach daran, dass ich sehr, sehr viel Foundation meistens trage und dass so ein bisschen, ich trage es Ewigkeiten. Also auf jeden Fall fantastisch, wie das Ganze jetzt aussieht. Wenn ihr eine eher trockene Haut habt, würde ich euch eine sehr, sehr Feuchtigkeitsspende im Primer empfehlen, weil das Finish halt doch schon recht matt ist. Solltet ihr eine ölige Haut haben, ist das, glaube ich, eine sehr, sehr gute Foundation für euch für den Alltag. Also günstig, viele Farben, hält gut, einfach zu benutzen, sehr, 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 sehr unkompliziert. Das ist eine sehr, sehr unkomplizierte Foundation. Ich muss nicht stundenlang einarbeiten, stundenlang verblenden. Es hat Spaß gemacht, die Foundation zu benutzen. Ich bin sehr gespannt, wie ihr die Produkte fandet. Ich bin sehr gespannt, wie ihr die Foundation fandet. Ich habe euch unten einen Link in die Infobox gesetzt. Da könnt ihr die Foundation direkt shoppen und ich würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei gewesen seid. Ich wünsche euch ein zauberhaftes Wochenende und wir sehen uns am Montag wieder. Passt auf euch auf.